So, Take Nr. 34. Moin Dehner. Wir hatten unsere erste Begegnung vor 2 Jahren. Und zwar war das während deiner ersten Bewerbungsphase in genau diesem Video. Ich bin gespannt auf eure Bewerbungen. Felix, was für ne geile Aktion. Ich hab gar nicht lange gezahlt, weil es ist viel. Gut, nicht zu viel. Da hattest du mein Video einmal angeguckt in deinem Bewerbungsverfahren und ich dachte mir, 2 Jahre später, du suchst wieder jemanden. Geile Sache. Versuche ich's einfach mal. Versuche ich's wieder. Ich durfte im Laufe der Jahre viele Menschen treffen, viele Erfahrungen machen, viel Reisen, tolle Projekte umsetzen. Und schau einfach rein. Vielleicht gefällt's dir, vielleicht passt's. Let's go! Tag 6 cùng. Tag 7-1 Tag 6 und. Tag 7-2 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020